Jetzt muss ich nur noch den Chef der Feuerwehr retten. Er befindet sich am City Vision Gebäude. Sie werden ihn töten, wenn ich sie nicht aufhalte. Bleiben Sie wachsam, Sir. Ich sehe eine beachtliche Anzahl von Feinden. Sie werden sich nicht kampflos geschlagen geben. Ja, und herzlich willkommen zurück bei Iron Sock Batman Arkham Knight. Zuletzt war es so, ich habe ein wenig... Nur damit ich das richtig verstehe. Die Fledermaus glaubt, eine riesige Pflanze kann die Stadt retten. Und er ist auch wirklich durchgeknallt. Ich müsste mich nochmal in die Steuerung bestimmt etwas reinpuxen. Man kennt nur, Autofahren geht ja. Das verletzt man so schnell ja nicht. Ähm, aber sonst weiß ich nur noch, ähm, dass der letzte Feuerwehrmann da oben der Chef sozusagen befreit werden muss. Und das war es dann auch schon. Ähm, sonst zum Stand der Dinger, die wir sozusagen als Nebensachen haben. Ähm, der letzte Feuerwehrmann ist... na, der letzte Feuerwehrmann ist ja hier. Ähm, dann haben wir auch die Feuerwehrmann alle fertig. Ähm, die Miliz haben wir fertig gemacht. Ähm, genau, den Tempeltypen. Sozusagen Batmans, ähm, Ersatz, der dann kommen soll. Aber mal gucken. Ähm, ja, Two-Face ist fertig. Der ist ja in der Zelle. Genauso wie dieser komische Schweine-Typ da. Den haben wir fertig gemacht. Ähm, die Fledermaus, die sich so verwandelt hat, dauert ja noch. Ähm, wir könnten sozusagen noch die Herausforderungen machen. Ich glaube, das sind die, äh, Straßenbarrieren, genau. Hier die, wo die so eingekerbt oder eingeferscht sind, die Leute. Ähm, Firefly ist klar. Da haben wir ja schon mal, äh, ein brennendes Haus hier gefunden gehabt. Ähm, Penguin ist logisch und Riddler ist ja selbstverständlich, dass wir machen. Und das Einzel, was ich bisher noch nicht gefunden habe, sind die letzten zwei, ähm, Minen jeweils. Aber, die finden wir noch. Aber erst machen wir den Feuerwehrmann. Dann haben wir auch sozusagen die Seite komplett fertig. Und dann werden wir uns wahrscheinlich erst mal noch um die ganzen Nebensachen kümmern. So wie Firefly, Penguin und wieder Riddler. So, und hier soll ich mich hochschädelnd lassen. Oh, was ist los, Chief? Du siehst sauer aus. Genau, sei doch froh, dass wir dir heute Nacht freigegeben haben. Lass mich in Frieden. Oh, Mimose. Vielleicht hat er ja andere Pläne. Oh, wir bringen seinen Terminplan durcheinander. Wieso hört ihr zwei Idioten nicht auf zu labern und macht euren Job? Hey, das klingt aber gar nicht nach, Kampfgeist. Ja, klingt als würdest du aufgeben, das Handtuch werfen. Das gefällt uns gar nicht. Genau, wir mögen es, wenn sie sich ein bisschen wehren. Besteht's, Chief? Steckt noch etwas Kampfgeist in dir? Nein. Okay. Na ja, also, wir sind alle im Polizeirevier, Leute. Alle. Mal gucken, wie sie ausschalten. Wie ist das zu wissen, dass es deine Schuld ist? Du hast deine Männer hergeführt in den Tod! Das sind viele Schusswaffen, die die haben. Irgendwelche ganz leise ausschalten. Puh, jetzt muss ich mich ja erstmal hier... Wird sie deprimiert sind, macht das keinen Spaß. Ich mag sie hysterisch. Ist mir schon klar. Okay, wir kommen nicht entlang. So, auch nicht. Ich muss jetzt... Dafür soll ich, dass das nicht passiert, Leute. Geweichlos, Geweichlos. Roll nicht mit den Augen alter Sack, oder ich stech die dir aus. Fuck. Das wollte ich nicht, Mist. Was ist das? Hey, was ist dir zugestoßen? Na? Eins, zwei, Mist, okay. Machen wir mal da noch hin. Ach Gott, ja das wird jetzt ein wenig... Wir können nichts für ihn tun. Was ist mit ihm passiert? Keine Ahnung. Da bist du ja! Nein. Die Fledermaus hat diesem Kerl echt zugesetzt. Arme Socke. Schloss mit Versteckmacher! Hier drüben! Und! So, hier hoch. Ja! Nur mit Rauch hältst du uns nicht auf! So! Zurück! Ich leg ne Mine! Ich hab was gehört! Ich auch! Da ist er! Ja! Puh! So! Ähm! Zack, zack, zack! Den haben wir! Den haben wir! Den haben wir! Ja! Wir schalten ja einen nachher anderen am besten aus! Das geht doch alles easy! Der steht nicht mehr auf! Geht weiter! So! So! Stell der Dachgeschütze auf! Und wieder oben! Ah gut! Wie? Was? Was? So! Haha Leute! So hoch! Juhu! Ist er! Ist er tot? Wo stehst du? Jemand muss gesehen haben woher hin ist! Na! Los! Wir gehen hier entlang! Da sind.. ist er Hey Jungs, er hat wieder einen von uns erwischt Ja, du bist der letzte meins Freund Was? So Ha Das war dann zwar ganz ok Super Wow Meine Männer, sind sie ok? Alle Ihre Männer sehen zu ihnen auf, Chief. Sie vertrauen ihnen Du weißt es, nicht wahr? Ich weiß, dass sie alles für ihre Männer tun würden Selbst wenn das bedeutet, einem bekannten Brandstifter zu helfen Sie haben Firefly die Zugangscodes und die Adressen der leerstehenden Häuser gegeben Ich habe immer sichergestellt, dass sie leer waren und niemand verletzt wird Sie haben ihre Männer in Gefahr gebracht Die Stadt hätte uns stillgelegt, das konnte ich einfach nicht zulassen Und solange ein Brandstifter seinen Unwesen trieb, hätten ihre Männer ihren Job behalten Sie haben Familie und haben ihr Leben für diese Stadt riskiert Ich habe ihnen ein Versprechen gegeben, dass ich nicht brechen konnte Das verstehst du doch, oder? Die Polizei wird ihnen im GCPD ein paar Fragen stellen wollen Ok Das ist ihr Platz, Chief Ich fahre in Batmans Wagen mit Meine Kleine wird mich beneiden Aber nicht, was du getan hast So Ich wusste nichts von Scarecrow Ja, ja, ja Erstmal zur Polizei dich bringen Ah, schon mag ich Ok Das ist dein Plan Das schwöre ich Du musst mir glauben Du musst mir glauben Wieso solltest du Warum sollte mir überhaupt jemand glauben Ich Weiß nicht Wie ich es ihnen sagen soll Das sind sie ihnen schuldig Ich weiß Das war falsch Aber sie sind zurückgekommen Das heißt ja schon was Ja Dass ich ein schlechtes Gewissen habe Trotzdem danke Ja Ja, ich bin wieder hier Wieder hier Zack Springt er mir ins Auto rein So, da haben wir den Freibermann Oder den Chef des Freibermanns Sozusagen der Freiber Super Oder so Ich wollte es andersrum parken im Bett nicht Okay Auto können auch mal Gewaschen werden Schlimm, schlimm, schlimm Los geht's Chief Oh Gott Das passiert wirklich Ja Das passiert wirklich Sorgt dafür, dass es die Männer nicht herausfinden Ich will es ihnen selbst sagen Du hast recht Das bin ich ihnen schuldig Hey Ich glaube dem Typen hier wird das Zuchthaus nicht schaden, Betsy Ein paar Knast-Tattoos Gangaufnahme-Rituale, Drogenmissbrauch Er wird als ordentlicher Krimineller zurückkommen Genau das, was Gotham braucht Ah ja Also ich brauch das denen nicht sagen Guck mal hier Die sehen das alle Ja Ich sag's dir ganz ehrlich, Batman Es war echt schwer Die Ungewissheit zu ertragen Ob du noch jemanden aus dem Team finden würdest Ich weiß, ich bin ein Corp und sie ist Naja, du weißt schon Aber das heißt doch nicht, dass wir es nicht versuchen können Man muss Ivy zugestehen, dass sie sich um die Umwelt sorgt, Batman Das ist nicht gerade die allerbeliebteste Einstellung heutzutage Ich weiß, ich bin ein Corp und sie ist Naja, du weißt schon Aber das heißt doch nicht, dass wir es nicht versuchen können Ivy hat knallt Oh, was haben wir denn hier? Die Waffenkisten von, äh, den, äh, ja, ja, Pinguin Genau Haben wir hier irgendwas Neues freigeschaltet bekommen? Ich glaube nicht Nö Einlegst nur die Waffen und das war's Und das ist ja Gut Die Nase juckt, die Nase juckt Ich muss gleich niesen Oh Das ist ja schlimm So, als nächstes, ähm, Firefly Firefly hat die Feuerwache in Oatesburg angegriffen Diesmal entkommt er mir nicht Genau, dieses Mal nicht So Ähm, zu 60% Zellenbeleg Drei von den großen haben wir schon mal drin Mr. Pick Two-Face und den Fiber-Chef, genau Du findest diese Waffe? Der Knight kennt diese Stadt weit besser als du Ja, 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 ja So Dann raus hier Ganz fix Tun wir jetzt erstmal Firefly Fetch machen So Oh, okay Ich, ich dachte ich knallte die So Firefly Ich weiß, du bist ein Stück entfernt Aus dem Weg Hier komm ich Ihr konnt uns nicht Bullenschweine Aber Batman könnt euch bekommen Tief, tief, tief Halt, 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 wo lang wird's mich schicken? Okay, da Ja, das bestehen Eivisplatte überhaupt Nicht mal ein verdammter Raketenwerfer, mach denen was aus Nö Die sind jetzt gehärtet Ja, gegen Eivisplatte muss ich wahrscheinlich auch nochmal kämpfen, wie es aussieht Achso, ähm Die Stromversorgung zu Ja Ja Ich fliege doch so langsam hin So, und jetzt kommt gleich Firefly Ja Ich sag nicht Wann 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 Ich muss dich doch einmal... Feuer ist rein, Batman! Schmerz reinigt! Wie soll ich den bekommen? Mann, 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 Mann! Der ist schneller als sonst! Ich komm nicht ran! Ich komm partout nicht an den Rand! Verdammt! Stimmt ja, so war es schneller fahren! Geh zum Licht! Oh Gott! Am besten erloschen! Okay, okay, okay... Überlass mich den Flammen, Batman! Ich muss alles verbrennen! Ach, Mist! Stirb! Nein, nein, nein! Nicht die Anschluss verlieren jetzt! Du gehörst mir! Mann, 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 Mann! Ich kann nur hinter den Berg fahren, stimmt! Das ist die Arche dafür! Dass du mich auf der Brücke zurückgelassen hast, Batman! Das ist die Arche dafür! Dass du mich auf der Brücke zurückgelassen hast, Batman! Das heißt, du müsstest gleich hier wieder runterfahren? Ach, verdammt! Bekämpfe dieses Feuer! Nein! Ich schmalt! Wird es anders ausgehen! Ja, 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 ja... Pfff! Doch, nach unten! Ach, hätte ich mal gleich noch unten fallen müssen! Oh, ist das anstrengend! Hab keine Angst, Batman! Umarme den Schmerz! Ja! Wenn ich dich kriege würde! Willkommen hier bei Batman's Fahrstunden! Es ist schon so lange her, Batman! Ich hab dich schon mal gekriegt! Ich krieg dich aber jetzt! Oh, Mann, Mann! Fische und brenne! Ich lasse deine Haut knistern und brennen! Ah, wer war das denn? Nein! Du kriegst...